Und auch dieses Jahr ist es wieder soweit, der Weihnachtsmarkt ist da in Rf4. Leute, das ist der Moment, worauf wir die letzten Wochen gespart haben, wo wir schön geguckt haben, dass wir ein bisschen Kohle verdienen. Und jetzt heißt es, was lohnt sich denn wieder am Weihnachtsmarkt, was können wir uns gönnen. Und wir gucken natürlich auch in die Patch Notes ein bisschen rein und schauen uns an, was sich da getan hat. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich würde sagen, wir schauen mal als erstes direkt rein in den Shop und sehen hier natürlich als erstes einmal den Weihnachtsmarkt mit den Leckereien. Und hier haben wir zum einen nochmal ein Weihnachtsbier und eine Art Sekt quasi, einen Champans-Goye. Als neu preislich würde ich sagen, echt gut. Gut, das mit der Wirkung, das müssen wir halt mal so ein bisschen ausrechnen, wie viel Prozent an Bonus diese alkoholischen Getränke bringen. Also, wenn man mal sehr, sehr, sehr viel Geld übrig hat und keine anderen Sorgen mehr, kann man sich bestimmt auch nochmal ein bisschen Alkohol gönnen. Ansonsten haben wir hier natürlich auch ein bisschen Buff Food sozusagen. Das heißt, energiereiche Nahrung, mit der man bei einem starken Drill von richtig schweren Brocken sich wieder so ein bisschen Energie zufügen kann. Alles halt nice to have, aber natürlich nicht zwingend notwendig. Dann kommen wir natürlich zum Wichtigen, zum Wesentlichen. Fangen wir mal unten an. Es gibt wieder die Futterkörbe in verschiedenen Gewichtsklassen. Ich habe die alle schon von vergangenen Jahren. Ich verwende sie nicht immer, aber immer mal. Also ruhig diese Futterkörbe, einfach vom Wurfgewicht passen die bei mir ganz gut mit rein. Gerade auch mit den 25 Gramm, die leichten für Winkelpicker und so funzt. Dann natürlich ganz wichtig, die Waggler in verschiedenen Farben. Ich verwende in der Regel die großen schweren, denn wenn Waggler, dann eben auch auf den dicken fetten Matchrouten natürlich. Die haben ein vernünftiges Wurfgewicht und dementsprechend nehme ich halt die großen. Es gibt allerdings auch Matchrouten mit eher kleinem Wurfgewicht, eher ein bisschen feinere Matchrouten, so im Midgame. Da kann man natürlich auch die kleineren Waggler mitverwenden. Also durchaus eine Option. Ja, und dann kommen natürlich auch noch hier diese Korkköder dazu. Die verwende ich tatsächlich auch. Gerade auch so beim Froschangeln und so, gar nicht verkehrt. Kann man sich mal holen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Vier Stück, einer immer so als Reserve sozusagen, falls mal was abreißt. Und natürlich auch die Köderfischpose. Habe ich mir auch noch geholt. Beziehungsweise habe ich auch schon lange rumliegen. Brauche ich erstmal nicht. Dann haben wir hier so wilde Sachen und wilde Kombinationen. Auch hier habe ich noch sämtliche Boilies und Co. aus vergangener Zeit. Da werde ich aber demnächst auch nochmal gucken, ob ich nicht ein bisschen aufstocke. Hat bei mir momentan nicht Prio 1, sondern das ist halt auch nochmal nice to have. Sowas wie schwarzer Pfeffer, Himbeer, Honig, Karamell. Das sind alles so Sachen, auch mit dem Mais-Sirup, was immer wieder ganz gut auch funktioniert hat. Was man gut kombinieren konnte. Hier haben wir natürlich nochmal eine schöne Auswahl an den Snowflakes-Spinnern. Aufpassen mit eurem Wurfgewicht. 2 Gramm Spinner. 2 Gramm super leicht. Nicht mit jeder Route zu werfen. Von daher wirklich nur für Ultralight zu empfehlen. Oder wenn ihr irgendwann mal mit, keine Ahnung, Level 30 Plus oder so euch denkt, alles klar, jetzt gehe ich mal ins Ultralight. Dann macht das halt auch irgendwann Sinn. Im Moment halt noch ein bisschen schwierig. Ähnliches zählt für die, wobei die halt hier im Bereich sind schon von 3 Gramm. Und man kriegt sie auch mit etwas dickeren Haken auf 3 Gramm hochgeballert. Also auch das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, sich diese Spinner zu holen. Auch da wieder sehr schön klein und fein funktionieren. Natürlich auch immer an Gewässern wie Belaya und Co. Hier kommt man dann zu den etwas größeren Geräten. Die Pipe, also eine Art Blinker, geht auch ab und zu. Also hat immer mal wieder Phasen, wo es ganz gut funktioniert. Diese dicken, fetten Türschilder hier gehen auch ab und zu. Aber wie gesagt, auch da aufpassen von den Gewichten. Die ganz dicken, fetten, wie gesagt, 41 Gramm Wurfgewicht. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, dass man das in diesen Gewichten wirklich braucht. Im Moment noch nicht. Vielleicht kommt das jetzt mit dem nächsten Gewässer. Durchaus möglich, dass man da dann auch die dicken, fetten Dinger vielleicht so pilgermäßig regelrecht verwenden kann. Ja, da werde ich mich hier nochmal ein bisschen mehr auch mit den Schnüren beschäftigen. Also insofern, ob ich das brauche und verwenden kann oder nicht. Da werde ich nochmal genau gucken mit der Schnur Dicke. Wir haben hier eine Länge von 500 Metern. Ist natürlich interessant, wenn ich jetzt schon überlege. 500 Meter, 31 Kilo Tragfähigkeit. Für mich sieht das schon direkt wieder ganz interessant aus. Vielleicht sollte man sich davon nochmal einen Schwung holen. Werde ich allerdings aber auch nochmal vergleichen mit anderen Schnüren. Der Preis sieht ganz fair aus. Äußerst fair sogar, wenn man sich das anschaut mit anderen. Gibt es da doch deutlich höhere Preise im normalen Shop. Hier habe ich die etwas kleinere, diese Monoschnur. Die habe ich mit drin. Also eher dieses kleine und feine. 4 Kilo könnte ich mir vielleicht auch noch holen. Muss aber jetzt auch nicht zwingend. Ja und dann kommen wir natürlich zu den wirklich interessanten Sachen. Sets. Was gibt es für Sets? Was ist wirklich interessant? Und da fangen wir vielleicht mal eben oben an. Es gibt hier die Haselnussrute. Für alle, die halt wirklich Bock haben aufs Stippen. Da kann man wirklich gut mit reingehen. Die Haselnussstippen sehr schön zart. Auch hier 3 Gramm bis 30 Gramm. 4 Meter lang. Tragfähigkeit 6 Kilo. Also damit kann man locker in den ersten Leveln richtig gut mit rangehen. Und richtig erfolgreich halt auch den Druck ausüben auf die Fische. Die Dinger rausziehen. Gerade wenn man so im Bereich ist. Ich sag mal so bis alte Festung und Co. Giebel, Karauschen, was nicht alles. Wenn da halt mal was dickeres reingeht, dann klappt das natürlich easy hier mit den Stippen. Gehen wir hier nochmal rein. Da sind wir dann bei der nächsten Stippe. Allerdings wird es dann hier natürlich auch eher wieder ein bisschen feiner. Alles so als Medium Light Routen mit einem leichten Bonus. 9 Kilo. Also Wurfgewicht nochmal leichter. Medium Route 9 Kilo als Tragfähigkeit. Auch da würde ich sagen, der Preis absolut fair. Länge. Ja, 8 Meter ist ja immer so ein bisschen umstritten. Ich denke, die Idealrouten sind eher so im Bereich von, also fürs Bootangeln zum Beispiel, eher 6 Meter. Und wenn man am Land halt steht, dann kann man sich ja ruhig die 8 Meter gönnen. Was haben wir hier? Hier hatten wir noch die Stippe, die dann mit Bonus ausgerüstet ist. Light. Und da sind wir natürlich dann auch preislich deutlich höher. 7,9 Meter. Also damit, und was haben wir hier? Länge. Wurfgewicht. Und da haben wir die Tragfähigkeit. 7 Kilo Tragfähigkeit für Ultralight. Also alle, die es abgesehen haben auf die Stipprekorde. Ich glaube, das ist the way to go. Stipprekorde für die verschiedenen Posenmontagen, Laufpose und Feststellmontage. Damit kann man richtig Gas geben. Super. Richtig geil. Das wird mit Sicherheit richtig spannend, das Ding. Preislich absolut fair. Für die Qualität sozusagen ist das natürlich echt der Hammer. Wow. Also da triggert es mich ja schon. Einfach nur, um da auch vielleicht in die Rekorde reinballern zu können, wäre das natürlich der Hammer. Gucken wir mal hier rein. Hier sind wir bei einer Bolo-Rute. Auch natürlich super spannend. Länge von 6 Meter. 9 Kilo Tragfähigkeit. Man sieht es hier so ein bisschen im Bild. Schön so zusammengesteckt. Klassisch diese Bambus-Ruten vom Stil. Sehr, sehr cool gemacht. Schön lang. Der Prügel. Die Bolo-Rute. Was haben wir hier? Tragfähigkeit 9 Kilo. Also auch das wieder schön fürs Mid-Game. Man kann hier ab Level 8 reingehen. Ist natürlich fürs Posenangeln hauptsächlich gedacht. Wobei man häufig auch Bolo-Ruten überspringen könnte und direkt in Richtung Match gehen kann. Andererseits haben Bolo's natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, wenn man halt sehr fein unterwegs sein möchte. Auch schon im letzten Jahr drin gewesen, die Spinning-Rute, die mich natürlich auch übelst getriggert hat. Hier haben wir eine Leitrute Wurfgewicht. 2 Gramm bis 10 Gramm. 16 Kilo Tragfähigkeit. Also das Gerät, den Prügel. Der triggert mich hart. Ich denke, da werde ich vielleicht nochmal reingehen. Wobei, wie gesagt, man hat halt hier nur dann diese 2000er Rolle. Und dann kommen dann vielleicht eben diese Geräte hier, diese Vintage-Rollen, dann wiederum zum Einsatz mit einer 2000er Rolle. Hier haben wir 5,5 Kilo an Bremskraft drauf. Und wenn wir dann hier, ja, das Gerät nutzen. 16 Kilo Tragfähigkeit. Naja, ich meine, wir haben ein schönes Gewicht an Tragfähigkeit, können aber halt nur eine 2000er Rolle drauf machen. Ich weiß es nicht. Oder man muss gucken, was das Getriebe aushält und dann einfach Rabams zumachen. Einfach knallhart die Bremse dicht machen und gucken, ob reißt oder reißt nicht. Heftig. Ich weiß es noch nicht. Ich habe letztes Jahr genauso rumgehadert. Wurfgewicht ist geil, Tragkraft ist geil, 2000er Rolle da drauf. Naja, man kann es eigentlich nicht so richtig ausnutzen. Was haben wir hier für ein Gerät? Hier haben wir nochmal eine Fiederrute, also eine schöne Grundrute. 3,8 Meter Länge, 26 Kilo Tragfähigkeit. Das ist natürlich schön, ab Level 15 zu verwenden. Also, wenn man sich überlegt, okay, ich bin vom Grundangeln noch nicht so weit, dass ich mir direkt eine Carp kaufen kann. Also noch keine 60 Prozent im Grundangeln. Möchte allerdings so langsam mal in Richtung schwere Fische gehen. Dann kann man sich natürlich so ein Gerät hier holen. Oder man spart natürlich erstmal und holt sich als erstes vielleicht eine Rolle. Und geht danach erst in die Routen. Die Rollen tendenziell immer ein bisschen teurer als die Routen. Von daher wäre dann natürlich hier im High-End-Bereich sowas natürlich auch nochmal interessant. Tja, angefangen eigentlich kann man sagen von der Full Metal. Fangen wir jetzt mal gerade hier bei den Großen an. Full Metal, eine Top-Rolle fürs Spinning. Größe 6.018 Kilo Bremskraft. Klar, 5.500 an Preis. Aber all diese Geräte sind übelst robust. Haben, ja, ich sag mal, eine sehr hohe Leistung. Das sind wirklich robust gebaute Rollen, die sich wirklich lohnen. Und ich glaube seit Wochen ist natürlich auch hier die Overlord schon wieder im Gespräch. Sehr viel Schnurfassungsvermögen. Top-Bremskraft und auch da wieder natürlich von der Robustheit wenig Verschleiß. Achtet auf euren Verschleiß, dass ihr nicht so viel in der Werkstatt steht und reparieren müsst. Denn auch da ist natürlich, oder auch da wurde ein bisschen was verändert. Da gucken wir vielleicht gleich nochmal schnell rein, wie das dann aussieht mit dem Reparieren, was sich da getan hat. Also das ist natürlich wichtig. Schaut, was könnt ihr euch leisten. Von den Größen her, 8000er, absolut okay. Da muss man einfach schauen, was kann man sich gönnen, was kann man sich leisten. Hier tendenziell eher vielleicht fürs Spinning gedacht, die Silver 80. Und das dann vielleicht doch eher, ja, ich sag mal fürs Spinning wahrscheinlich auch zu verwenden. Gerade wenn jetzt hier neue Fische, größere Fische reinkommen, dann ist das durchaus möglich. Oder, dass man das dann natürlich auch einfach fürs Karpfenangeln verwendet, ganz auf entspannt. Klappt auch. Ja, bei den kleinen Routenrollen, hier haben wir natürlich auch, sehen wir auch dran stehen, eine neue. Das ist eine Tausender, also fürs Ultralight. 5,5 Kilo ist wahnsinnig gut. Wenn man das vergleicht mit anderen Ultralight Rollen, kommen die glaube ich nicht dran. Durchaus eine Option, 2000 Silber ist nicht ganz wenig. Wenn ich preislich mit meinen paar Kröten hinkomme und all dem, was ich mir gönnen möchte, dann kommt die bestimmt auch noch mit rein. Eine 2000er wäre eine Option, wobei das hier natürlich auch wieder ein saftiger Kurs ist. Also wenn, dann bin ich da tendenziell natürlich hier bei der Ultralight. Allerdings ist das auch nicht zwingend etwas fürs Slowangeln, dass man sagt, oh Mann, die kann ich mir gerade noch leisten. Oder hier die. Es sind halt immerhin nur 5,5 Kilo Bremskraft. Jetzt nicht denken, geil Alter, 1200, die schnappe ich mir. Und dann übergeht man sowas wie eine HSV oder eine Alpha. Macht halt keinen Sinn. Wenn man gerade auf dem Weg ist, so in Richtung Level 20, Level 22, hat gerade ein bisschen Kohle zusammengespart. Sich dann sowas zu kaufen, mäh, macht halt also Blödsinn. Dann kommt man halt auch nicht wirklich weiter. Gerade mal überlegen, so ein Gerät zu kaufen, auch wieder schwierig. Also das hier in Gänze ist schon ein bisschen speziell und doch tendenziell eher für Mid-Level. Also um die 30 herum, würde ich sagen. Mitte 20 bis 30. Dass man dann vielleicht in diese Rollen halt investiert, weil man dann halt auch gezielt in eine Richtung schon geht, in eine Richtung angelt und dann sagt, okay, jetzt brauche ich für mein Set, für mein Equipment noch eine ideale Rolle. Das wäre jetzt vielleicht die oder die oder die. Ja, dann werde ich höchstwahrscheinlich vielleicht auch hier nochmal rein investieren. Da habe ich schon jetzt mit geliebäugelt, Saal 5000, massives Gerät. Höchstwahrscheinlich meine nächste Rolle fürs Hechtangang, beziehungsweise eben für die dicke, fette Jerk-Route zurzeit. Das wird dann einfach entspannter. 5000er mit 18,5 Kilo. Durchaus eine Option auch dieses Gerät. 15,5 Kilo, auch das reicht natürlich fürs Hechtangang absolut aus. Auch nicht schlecht. Sieht auch ganz interessant aus, ist neu. Ergänzt die Sammlung der Vintage-Rollen. Casting-Maße eignet sich aber auch perfekt für einen Angelausflug. Na, das ist aber mal ein Ding. Also, da sind es natürlich hier diese Vintage-Rollen eher vom Style. Ich gucke gerade mal von den Werten. Wurfgewicht ab 12 Gramm, 15 Kilo Bremskraft. 3,2, 5,3. Ja, 11 Gramm Wurfgewicht. Also, ich bin tendenziell auch eher hier bei der Saal. Ähm, eine 5000er. Auch von den Sternen her ist die dann doch nochmal ein bisschen besser. 2000er, auch hier wieder natürlich fürs Spinning. Ich gucke gerade, ob man das Ding, aber auch da mit dem, ja doch, 9 Kilo Bremskraft. Kann man gut verwenden hier für, für Yama und Co. Wenn man da ein bisschen was rausziehen will, was nicht ganz so heftig ist. Also, na gut, 9 Kilo Bremskraft, ne? 9 Kilo Bremskraft. Und dann eben eine 2000er. Also, für Ultraleit dann auch wieder nichts. Ne, ne, ne. Also, mein Fokus momentan hier in dem Bereich. Ich überlege immer noch mit der Fullmittel-Overlord. In dem Bereich gehe ich jetzt nicht rein. Wäre halt nice to have, aber das nutze ich da nicht. Also, die beiden im Moment für mich irgendwie so im Fokus. Maybe auch noch hier die kleine. Vielleicht diese drei. Und ansonsten gucke ich mir die Schnüre nochmal genau an. Und von den Routen... Ne, ne, ne. Ich habe ja auch noch ein großes anderes Ziel. Nichtsdestotrotz gucken wir mal eben kurz hier nochmal in den... Halt, ich glaube hier hatten wir ja auch noch die Werkstatt. Sehen wir hier was? Ne, es gibt ja die Werkstatt einmal von... Genau. Gehen wir einfach hier rein. Den Flagship-Store. Sehen wir da was? Inventar, Rollen. Mal eben schauen, wie das aussieht. Wie wurde denn das jetzt umgebaut? Wenn wir jetzt hier rein... Aha! Das sieht doch mal ganz anders aus. Das heißt, wir können jetzt Original-Komponenten verwenden. Vom Hause Beluga. Und da sehen wir jetzt hier verschleißt das Getriebe speziell. Könnten wir das ersetzen? Häkchen ran. Und hier unten sehen wir den Preis. Alter, wir könnten... Ich könnte das jetzt... Okay, das ist aber krass. Okay, das wird geil. Der Verschleiß war jetzt nicht so hoch. Kostet 15, kostet 1 Silber. 1% Verschleiß, 1 Silber. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Kugellager 5%, okay. Okay, 5,2% Kugellager, 80 Silber. Sexy. Oh Mann. Okay, hier sind wir bei der Bremse. Krasses Ding. Wahrscheinlich ein Austauschprodukt. Müssen wir mal gucken, wenn die Bremse weiter hoch geht. Wird bestimmt dann komplett ausgetauscht. Und dementsprechend sind wir da bei 200 Silber. Die Spur hat 12% Verschleiß. Mit Sicherheit auch ein komplettes Austauschprodukt. Zack, zack. 1.800 an Kosten. Geil gemacht. Schmierung auch hier wieder ein bisschen unterschiedlich. Das mit dem Bildchen und sowas. Sieht alles sehr, sehr geil aus. Wählen Sie ein analoges 20 Option. Alter. Alter, wir könnten sogar noch teureres nehmen, Alter. Natürlich. Alter, Leute. Ich werde weich. Das Original mit Infos. Und die Sternebewertung. Und dann gibt es aber hier noch anderes wilder Scheiß. Synthetik. Heavy Max Mixture. Und what the heck. Okay, macht es interessant. Ich denke, nicht zwingend essentiell fürs Angeln. Aber bestimmt essentiell im Bereich Verschleiß und Co. Da gab es ja in den letzten Wochen genug Unstimmigkeiten. Und ich denke, dass sowas natürlich... Da stehen noch ein paar Infos zu. Co. Blablabla. Speziell für Mikrolager. Ohoho. Alter. Hohe Viskosität. Blablabla. Schmierung und Komponenten. Okay. Da müssen wir wieder viel rumforschen und suchen. Das wird spannend. Also das ist eher ein Öl für Mikrobraid. Hochgeschwindigkeitsspulen und so weiter und so weiter. Das wird super interessant. Damit können wir höchstwahrscheinlich den Verschleiß einfach reduzieren. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich bin echt gespannt. Und dann natürlich je nach Verschleiß kommt dann halt nochmal der Preis dazu. Nicht schlecht. Das wird spannend. Das wird wirklich spannend. Ich würde sagen, das war es jetzt zunächst von den News her zum Weihnachtsmarkt. Ich gehe natürlich jetzt gleich rein in das neue Gewässer. Das heißt direkt im Anschluss kommt natürlich jetzt gleich noch das neue Gewässer. Achtung, schon mal direkt von vornherein. Es gibt einen Warnhinweis. Ganz, ganz wichtig. Es gibt einen Warnhinweis von RF4 für alle Benutzer von Radion-Grafikkarten. Da heißt es, bitte fahrt nicht zu dem neuen Gewässer. Es gibt da noch einen Bug oder wie auch immer. Die Entwickler untersuchen gerade einen Fehler. Bitte reist noch nicht an dieses Gewässer. Aber wenn ihr dies bereits getan habt und ein Fehler aufgetreten ist, wendet euch bitte an support.rf4game.de und so weiter. Steht alles im Forum drin. Also Radion-AMD, Radion-Grafikkarten-Besitzer. Aufpassen, noch nicht ans Gewässer fahren. Nicht, dass euch da irgendwann wegplatzt, Alter. Petri, ihr Lümmels. Wir sehen uns gleich im nächsten Video zum neuen Ladoga-Archipel. Und dann gehen wir auch in die Details der Patch-Notes rein und was es dann noch alles geht. Noe, es gibt es. f4g dipftarbar. Untertitelung des ZDF, 2020